Fifty Languages Noventaicinco Fünfundneunzig Fünfundneunzig Konjunktion 2 Konjunktionen 2 Konjunktionen 2 Konjunktion 2 Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Wann telefoniert sie? Durante a viagem? Während der Fahrt? Ja, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich verstehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe. Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.